Nr. Mann und Kennerin ich will noch wir haben noch knapp zwei Minuten okay das ist ein Minispiel du musst in der Art jeden Fall die Pflanzen fahren hier rein ich möchte hier einfach nur einsetzen es kostet uns keine Sonne Prozent Armin und da waren die in den Sinn Räume und an Prozent alle Pflanzen wieder zu haben und in den Wort weil er wenn wir auch eine neue aber ich denke okay er kommt immer noch einen Spackenraum so ein bisschen bis zu ihm Menschen PENISSALAT Könnt' ich nicht aufbissen Könnt' ich nicht aufbissen mit PENISSALAT Ich will dich in Strapsen sehen Ja, ich hab mich schon verstanden, ich hab drei bei mir an der Stange Ja, du meinest, ich soll wegen des Weißen haben Ja, was? Ja, nichts Brauch deine Oma Steck dir eine Banane in dein Ohr Achso, in diesem Level ist es wirklich gar nicht zu empfehlen, eine Schaufel zu benutzen Denn das ist wirklich einfach nur sinnfrei Weil wir eh alles in den Arsch geschoben bekommen Aber gleich kommt's vorne mehr raus Ja, ähm, die Kartottenmine ist ganz unnötig Könnt' ich einer da hin und rennt oder so oder keine Eier Ja, okay, zehn Sekunden Okay, ehm, auf PS Pause oder? Äh, ne, geht was für Ja, okay, und das Tschüss Ja, und tschüss Ja, okay, und weiter geht's Die Sprengung mal schön Ja, Pop, inspektieren Ab demnächst Das ist alles selbst eingefallen, nachdem wir Videos geguckt haben Als wir Videos geguckt haben Ja, oder nachdem oder in deinem Ohr Ja, oder nachdem oder in deinem Ohr Steck mir eine Banane in dein Ohr Geht rein gesprungen Ja, das ist dann auch so Ja, das ist dann auch so Ah, ich steh mich Ja, Junge, was soll ich sagen Ich hätte denn das auch anders inpacken müssen Damit ich mehr wegsprengen 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 Killen Töten Umbringen Okay Der hat Aids Opfer Und du etwa nicht? Also, wir entschuldigen uns schon mal im Voraus Falls sich irgendwelche mit Aids Oder sonst was Was wir auch immer sagen Beleidigt fühlen Ist du mir bereit Jochen, Gesichtseintopf Ja, auch dafür Wir sind immer so spontan blöd Auch wenn es eher unspontan wird Und aus dem Grund solltest du dir ein paar Wallnüsse aufbewahren Ja, ja Tja Naja, ich bin schon schlau, wa? Achso Ja Nee Das ist wahr So jetzt unterstützt du den Hässt Ding Ne Die Beute ist mir nicht Zitzen Mal Auf unserem Kanal sind auch ein paar Techno-Mix, und sonstige Musik und andere Let's place bald zu finden ein paar Videos sind das schon aus dem lustigen Sachen ich hatte vorher hätte vor der Kielers wird gleich zu machen oder auch ohne gelaber einfach mal aber nur bis den Zocken ich bin der mit 18 Garn bei der Nationals und ich bin Level 8 dazu bin ich auch noch Level 11 Garner bei den Royals und noch ganz ganz und ich habe ein Level 4 Kommando er ist richtig 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 gut wisst ihr auf dem netbook kann man nicht besser ja sorry ich gebe mein Geld lieber für Gitarren aus als für Computer ja ich bin wirklich hervorragend hervorragend zu konzipieren ich bin wirklich toll Gitarren wenn man nicht gerade gekippt ist also er klingt ich bin und ich will nicht ich will nicht machen ich will hier das war aber nötig ja und es bringt aber Spaß man lass mich lass mich alter ich hab's sagte nur einmal lasst mich ich sag dir nur okay jetzt werden wahrscheinlich bald die Nacht der Wilds beginnt okay noch nicht das ist ein Pustepilz oder so der schießt über drei Felder bin ich der Meinung und der ist nachts halt immer der Spawns glaube ich bisschen schneller als normale Erdekanonen etwas langsamer als Sonn und ist zum Glück kostenlos Prozent aber auch nicht wieder zu Warte kommt von den ersten um den Abendknoll und Brüchen das Knoll und Brüchen Knoll und Brokert Kastner und heute als Spaghetti die Kinder und Brüchen in Sonnenpilz wir haben noch kein Sonnenpilz was soll das denn zu gehen sind verkauft Knoll eindeutig in die Knoll ja okay also der Verkacken ist auf jeden Fall Knoll ja okay dass ein Gräber kriegen noch mehr aus und kommt Penner raus hier immer in dieser Reihe die ersten Zombies bauen und erster er die ersten Pilzes und uns von ja und dahinter die Sonnenpilz Knoll 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 aber bei sich die Projekte Knoll 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 oder nicht so geht es mit Blüten für die und es dauert Stunden bis mal in den Sonnenkunden Ja, das kommt, weil es gibt später Sonnenpilze, die produzieren einfach schneller, die sind zu Anfang ungefähr so klein wie die hier, geben kleine Sonnen, die bringen 15, und danach werden die etwas größer und dann bringen die so viel wie eine Sonnenblume, aber halt schneller in der Nacht. Die Nacht auch, okay. Dumm, dumm, dumm. Ja, der Hildrei. Kinderkanal mit verkauft an neuen Life. Noch mehr Penner voll Spam. Okay, tut mir leid, ihr lieben Kinder. Willst du mir jetzt einen Kaffee ohne, oder was? Ne, du holst den Kaffee. Ne, ich holst mir den Kaffee. Ne, du holst mir den Kaffee. Nein. Doch. Nein. Bin ich dein Scherkel, oder? Dein Scherkel. Scheiße. Los, Krieg unter den Tisch und, ach, vergiss es einfach. Ja, viel Spaß. Du kannst einfach mal das Video anhalten, bis gleich. Ja, okay. Hier sind wir wieder, wir waren eben kurz Kaffee und Kuchen und alles mit Kekse und Essen. Krüppel, jetzt die Kindertypen treffen, wenn sie fett werfen. Ja, Mann. Oh, alter Cyborg. Wie Döpfel's Wacken. Wie Döpfel's Wacken. Ja, ey, wo? Zwischen wie Lohne. Achso, der da hat ne Zeitung? Wenn man in die Zeitung da schrottet, dann wird er überaggressiv und rennt ziemlich schnell und frisst auch ziemlich schnell und darum hasse ich diesen Spaß aus. Und er ist tot. Weil er halt nicht viel Verteidigung hat ohne die Zeitung. Ja. Also ich laufe auch immer mit ner Zeitung vor Amor-Gläufe, weil er sich glaubt immer mit Zeitung entgegen, damit ich mir keinen Schaden machen. Vor Amor-Gläufe. So kann es kommen, du kommst auch gleich, ne? Also rein rausgelassen, ne? Ich hab irgendwas von uns. So ein freigelassen. Ja, klar. Schnüffeltrüffel. Oh. Welches Spiel? Ähm, fuck. Oh, nun 1530, die wollte man nicht machen. Anno 1530, genau. Let's fail. Wir machen ein Let's fail von Anno. Oder BV machen wir mal jetzt fail. Ja, okay, aber nicht mit meinem Kampf. Versorgung. Versorgung. Wenn du nicht mit meinem Kampf. Ne, nein, meine. Ja, wir versorgen deine Kampf. Jetzt schlimmer geht's. Jetzt fail abgeht. Ja, wer noch auf meinem Rechner, der auslusten abfindet. Ja, genau. Ja. Ja. Da muss man genau so weiterfinden. Dann bauen jetzt mal rein. Warum? Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ähm, hallo? Keiner Dach? Äh. Geil. So Brok hat's Superfähigkeit. Er kann rülpsen wie ein Nashorn. Das ist schon mal nach und rülpsen. Ne, also kann keiner nachweilen, es ist nicht rülpsen, kann man nach hauen. Okay. Okay. Okay, die Sammpilze, die wir vorhin auch schon mal irgendwann, vor einiger Zeit erwähnt haben. Wir haben auch knapp eineinhalb Minuten. Ja, so jetzt mach mal ein neues Video. Wir beenden einfach jetzt hier. Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder. Und ich bin wieder am zocken. Ja, so Drucker klappt das jetzt, ne. Ja, so eine Anlage anscheinend. Der Ton war eben noch aus. Wow! Der hat mich da bezig! Ne? 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 dann verkauft sich um uns gehören zu sein und auch nicht wieder an der dritte und der Köln im Jahr wird es auch zurück Prozent also vom Bieter wer hat mit dem Kopf 25 wenn wir gesagt erst fünf Prozent mit Armand eine Reihe vorliegen über 2 und er bringt erst fünfzehnten Spielern der Pilz gewachsen ist mit Dachdaten an der Zeit für sich wer eine gewachsen ist der Grund sie teilt nur nicht ganz aus wie eine Sonnenblume ein Teil zum Pilzen der Orte weiß was er anbieten Orte und diese Lutscherung ausgekrochen später kann man sich auch eine Hake kaufen die Liederung und will immer den ersten Song wieder gerade Bock hat da längst zu laufen der Tritterein und hat dann sind die in der Presse und ist so also dann sieht man auch direkt wohl der ersten Song kommen so sehr praktisch das macht nur das noch mal ein das ist um den Boden ja auch nicht alleine wir bereuen das andere ein Jahr so genau aber noch bis hinweg streng ich habe wir haben einen neunty Klasse leider genau an sie und ihr 13 etwas um die die erste Reizung ja nur erst 13 14 Jahren und an den Sondenten was ist es endlich der Oktober von euch weiß dass es ein Spiegel sind ein paar Posten der der Zufall ist die Gugel war es schon seit ungefähr drei Wochen gut gehen er schreibt es ist einfach weil sie bei der Freizeitierung abguckt 2 ach so haben wir bereits in einem Bild wie wir es heute nicht bitte unbedingt an eure Freunde für sie haben weiter empfehlen das ist ein Konrad wo wir noch nicht so viele Fans haben wenn er es gerne nur welche die in unsere Klasse Schule und sonst was gehen oder heute haben wir auch Facebooks dort wie es nicht so da war es gut ja Leute die auf Facebook doch die Leute kennen wir auch oder die kennen uns eventuell ja okay er hat ein Pilz gewachsen und bringt 25 es bringt gar nichts wenn du den Mädchen zeigst ja du bist aber mit dem Maus raus das ist mir egal ja also wenn die Sonne noch ein bisschen dicke daraus flutschen und ich baupilze Bob Pilze Bob Burmeister m ein Mann in der Nähe von Wien 2 und zwar immer an die guten Gott das Wasser die Glocken 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 ja okay wir haben die Sohn Glocken aus Wasser mehr durch das das ist wichtig so muss man nicht gut nun bei der hessischen Pilzen nun also später die Gräber Prozent der Kriegen in der Welle die mehr oder so er hätte von dem Traum kommt nur in der letzten Welle an die Kugel auch in der ersten den letzten ja okay es mehr bekommen er wird bei später bekommt man Graffresser und damit kann man die Sparren aufwärts und dort bekommen dann jedes Mal 10 Euro vielleicht auch Gold und mein Glück hat Pauli Pilze für ein Fick 10 Euro gar nicht gegen den Weg ich glaube er zu sagen dass er nicht erwähnt wird Schleifern und abgabend die Strafe bekommen die Erlösung an Kiel zu besuch einer Reise bei uns nur und schenken und vorliegen weil er sich zu passen die 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 gut 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 schlug wochen lassen so später bekommt man auch andere Pilsen um ich denke mal diesmal wenn wir auch ein Pils bekommen die kann man natürlich nicht rauchen sind ja nur in der Welt Magic Maschinen ich denke mal dass wir jetzt gleich den Grabfresser bekommen werden nein doch denke ich Prozent denken können sie sind klar das ist meine Meinung ist richtig ich habe kein Witz der Kraft für mich er ist dafür nicht wenn das ist nicht gut benutzen das ist nur ich habe mich er und er hat das andere Buchstaben sie in die Ende er ist da bin ich sagen weil er ist ist wenn er geht allem auch wie die BK und Techno-Base.fm könnte auch kommen wenn die Ehe aber geht einfach mal auf FN wir wollen die den Werben machen SMFM Spielchen kann und der FN Spiechen ja es ist ein geiles Internetradio das sind ja auch nicht von uns zufällig auch nicht an Arsch bekommen wir sind ja auch nur mit Menschen meistens den meisten wir haben was zu tun was macht Münze da und es ist mir egal Jawa der Hut da Keiner von uns beiden ist ein Elefant Ich hab dir schon tausend mal gesagt, dass ich kein Elefant bin Da, kümmer darauf, kümmer darauf, was steht da? Falls ich jemanden erzählen kann, schreib das in die Kommentare Verblichen! Danke Und in der letzten Welle kommen wir erwarten Songs da draus Und die töten wir jetzt mal alle Ah, schade, ne? Viele Er sagt immer was an und klickst mich dann genau nicht Ja Da steht eigentlich in den Netzplayern und Plätzen und was auch immer Hey, letztes Netzfeld Jetzt geht es richtig, da kann man nicht drauf basteln Jetzt steht endlich Pflanzkinder sparten Äh, Garten Was ist ein Pädophil hinter dem Baum? Kinderüberraschung Wo? Ich hab' Hunger Oh Mann, frisch ne, du Mum, ja okay Das ist ein Pädsinn, die verschieden Blubberblasen Über irgendwie ein paar Felder, Drei jump' jorden, drei und drei, vier Danach Lern um und Treffen aber alle kommen sie da stehen nur den ersten und er ist der Bruder die wird man sich erst in den Tüten die Nürnberg die Arten die Kompetenzen machen mehr zu tun die Nürnberg machen Besser Prozent war vor Ort wir haben wurden die aus Wasserfisch Anlängerbrötchen mein Gott das Wasserfischleife jetzt bau den da oben hin, da hin, klar genau, jetzt bau den hier, den kostenlosen mit vor allem und ich will so und nun in den Grund lassen dass er nicht das ist nicht mir nicht nur ein Papier das ist eine besitzung und das ist eine einkaufsliste scheiße sie kennen den Trick schon Prozent von einem Lieblingspapier das ist keine besitzung kommt Kettbewerb Mönchengladen gegen die er hätte ihn jetzt da hinsetzen Faktenbüsche Faktenbüsche Jochen Bischof ist alle Leute die Jochen heißen wir haben zu erlangen und so ist im Namen aller Menschen der Name ist Jochen ist eigentlich sehr toll ich habe nichts gegen Leute die Jochen heißen wir haben uns gegen mich ja meine Mutti kennt achthundert Leute die Jochen heißen und der Rest als Helga alle denken nur und ich nur ich denke an mich so diese fetten Stinkpilze bauen wir ja genau vorliegen nee eine Reihe eine Reihe doch herstellen wir haben noch keine Angst mit das nirgendwo kommt die beiden in einem Jochen Mönchengladen 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 Stinkpilz Mönchengladen später kann ich den Bild auch noch auf Rüstung steht Mönchengladen besonders gut gegen einen Fliegengitterzombie weil das dadurch kommt durchfliegen geht Weltbau trotzdem die Kostnummern mit dem Bild gewachsen Mönchengladen war Bernhoff war BioEx Gmb tasks Wert Frau Professor Tom Stinktois Mönchengladen 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 ich bin Oh, okay. Die Zeit ist abgelaufen und tschüss. Cut.